Angeltrips in einer Minute, bei Kaiserwetter ging es heute in den Angel- und Forellensee Mächtersen. Schnell stellte sich heraus, dass die Forellen Bock auf aktiv geführte Köder hatten und die Spoonruten brachten die ersten Fische. Gerade mit diesem ultraleichten Geschirr macht es mir am meisten Bock, auf Forellenjagd zu gehen. Egal ob Wobblers, Spoons oder kleine Gummilarven, alles was sich bewegte, schlürften die Forellen ein. Die passiven Ruten wurden mit Magic Baits Troutbait beködert. Der Star des Nachmittags wurde aber der Ripstar in Blau und Weiß. Aber auch die Grundruten verzeichneten den ein oder anderen Biss. Alles in allem ein sehr entspannter Tag am See, wir sehen uns beim nächsten Mal.